Heute machen wir mal einen kleinen C.G. Jung-Ausflug, auch ein bisschen inspiriert durch die Mail als auch, dass ich, dass das nächste ist, was ich in meinem Buch schreibe, über Jung und natürlich Anima und Animus. Aber gut, fangen wir erst mal an. Hallo Christian, hier ist Kolja, die haben diesmal keinen Russe. Es ist nur der Name. Ach, ich dachte schon, wir schreiben nur Russen. Ich hätte ein etwas umfangreicheres Thema. Ja, ich lese mal nur so ein Stück der E-Mail vor. Interessanterweise hatte ich nie daran gedacht, hier zu schreiben, aber ich hatte heute einen Traum, in dem du mir begegnet bist und ich einen guten Hinweis von dir erhalten habe. Ja, ich arbeite nicht nur tagsüber, ich bin nachts auch unterwegs im Astralraum und bist nicht der Erste, der mir sowas schreibt. Also ich dachte, ich schreibe dir mal, wer weiß. Ich war auf einer Party, auf der du auch warst, im Traum. Es war mehr oder weniger ein Klartraum, denn ich wusste, dass die Leute alle an Teil meines Unterbewusstseins sein mussten und bat deshalb um einen Hinweis. Du kamst, da kamst du, hast mich angeschaut und dich umgedreht, um mir einen Schriftzug auf deiner Jeansjacke zu zeigen. Habe ich so noch nie bei dir gesehen. Es war eben so, es stand drauf, wo sind deine fucking Standards? Nein, Spaß. Don't crave for the end, be patient. Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gesagt, das sage ich nur nachts im Astralraum. Auch wenn es irgendwie seltsam erscheint, meine im Traum Interpretation war, versuche nicht zu kontrollieren, was passiert und öffne dich für das, was passieren will. Öffne dich für den Weg. Im Wachzustand wurde mir aber auch bewusst, dass ich nicht selten... Egal. Im Anschluss hatte ich einen weiteren Traum. Überschwerung meines Badezimmers mit klarem Wasser nach der Symbolik, was ich gelesen habe. Ja gut, mit diesem Traumdeutung. Ich bin ja immer ein großer Freund, selber zu überlegen. Ich finde immer diese gestalttherapeutische Traumdeutung schön, wo man einfach selber überlegt, wo man diese Symbole reingeht mit bestimmten Techniken und es nicht unbedingt so aus Büchern holt. Aber ich weiß, es hat natürlich Jung viel gemacht. Gut. Die symbolische Sprache in Träumen ist mir durch C.G. Jung durchaus schon länger ein Begriff. Ich beschäftige mich schon viele Jahre mit Psychologie und Spiritualität und bin zwangsläufig irgendwann bei ihm gelandet. Deshalb habe ich wohl auch dich gefunden. Wasserträume habe ich momentan öfter und sie sind immer zwiespältig. Gut, es kommt eine lange Geschichte. Ich bin bei meiner Geburt fast gestorben. Nabelschnur, Zangengeburt. Also Geburtstraumata, glaube ich, definitiv dran. Gerettet, aber Vertrauen ins Leben direkt eingeschränkt. Gut. Also was ich, ich nutze diese Mails mal so ein bisschen. Ich finde es super spannend, sich mal mit Anima und Animus zu beschäftigen, weil das ist so ein bisschen so das Konzept von toxischen Beziehungen bei Jung. Also Jung sagt quasi, wir haben ja so eine Persona, das, also ich will es nicht zu sehr ausholen, der hat ja diese Archetypen, das sind Strukturen, die jeder von uns hat, die also im kollektiven Unbewussten sind. Und einer davon ist zum Beispiel die Persona. Das ist die Maske. Das ist also das, was wir nach außen zeigen. So, und Jung sagt, dass es sowas gibt wie Anima und Animus. Also der Mann hat ein Anima, also ein genaues Gegenteil sozusagen. Die Frau hat ein Animus. Und das sind sozusagen die Brücken ins Unbewusste, so. Und eine Anima ist, was weiß ich, sowas wie Schneewittchen, diese Beatrice von Dante da, in diesem göttliche Komödie, so eine Führerin. Ja, es sind eben so urweibliche Personen und so. Und wenn ich jetzt ein Mann bin, dann ist meine Persona natürlich eher männlich, weil ich, so lange ich jetzt nicht in einer anderen Polarität bin, will das jetzt nicht zu komplex machen. Und mein Unterbewusstsein neigt, das Unterbewusstsein neigt gerne dann dazu, also als Ausgleich in das Gegenteil zu gehen. Das ist ja dann quasi die Anima. Das heißt, ich muss auch meine weiblichen Anteile integrieren, weil spirituell sagt man ja immer, weibliche und männliche Anteile ist auch eine Aufgabe, hier auf der Erde sollen integriert werden. So, und jetzt sagt Jung immer, ja, man soll sein Anima integrieren, das ist so alles fein, aber wenn man sein Anima tatsächlich projiziert auf eine reale Partnerin, dann ist man deep in trouble. Und dann wird es, würde ich es mal aus heutiger Sicht sagen, wird es schnell toxisch. Und genauso, wenn eine Frau ihren Animus projiziert auf einen Mann, wird es schnell toxisch, weil dann ist man halt in diesem Fantasiemodus, projiziert sozusagen urweibliche Themen. Bei Männern ist es wahrscheinlich so dieses Retterthema, ich rette dich, ich rette dich. Bei Frauen vielleicht auch. Also der Knight in Shining Armor, der jetzt kommt und ich bin die Prinzessin und bin Aschenpudel, ich kriege endlich mal ein Königreich und bla bla bla. Und dann wird es halt toxisch und man soll halt zumindest in der zweiten Lebenshälfte diese Archetypen integrieren, in sich selber nutzen und damit seine eigene Persönlichkeit vervollkommen und das nicht immer auf jemand anders projizieren. So, dass mal so, wenn euch das mehr interessiert, schreibt mir gerne, wenn ihr mehr ZG Jung-Themen haben wollt. Ich bin da gerade wieder voll drin, finde es voll geil. Ja, es kommt eine wahnsinnig lange Mail. Was soll man davon noch lesen? Schreibt es jetzt hier von ganz vielen schwierigen Beziehungen, auch aus deiner Jugend. Ich schreibe vielleicht mal hier ein. Mit der Zeit wurde ich fast wahnsinnig, denn diese Liebe löste sich nicht. Egal, wie sehr ich halte und auch die Erfolge sah, denn das Leben reagierte deutlich drauf. Es löste sich einfach nicht. Und es hat mich für lange Zeit immer wieder durch heftigsten Schmerz geschickt. Fast alles alte Wunden, die dadurch neu aufgebrochen wurden. Ich schätze, kaum etwas anderes hätte in dieser Form uns so unnachgiebig bewirken können. Die Liebe zu ihr und dadurch das Leben hat mich in sehr tiefen, weiten Teilen geheilt und mich zu meinem Selbst geführt. Du hast diesem Thema auch schon ein Video gewidmet. Okay. Ja, ich kann sicher sagen, es gibt sie. Dualseelen. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Video ich da schon mal gemacht habe. Ich sage ja immer, ich will jetzt nicht zu spirituell werden, aber ich sage immer, in 5D gibt es keine Dualseelen, gibt es keine Seelenpartnerschaften. Wo wir hingehen, können wir völlig frei wählen, mit wem wir sind. Das spielt alles keine Rolle mehr. Insofern, was heute so Dualseelen sind, sind, was viele sagen, karmische Beziehungen sind für mich einfach toxische Beziehungen. Und egal, ist mir auf Mist, das ist völlig wurscht, ob das Seelenpartner sind oder sonst was. Oder Dualseelen. Ich denke immer, also was ich mit einer Seelenpartnerschaft gleichsetzen würde, wäre jemand, der mit mir wirklich Partner in Crime ist. Also ich würde zum Beispiel meine Freunde, würde ich viel mehr so als Seelenpartner sehen, weil wir einfach ganz vielen Punkten ganz ähnlich ticken und zusammenarbeiten und ein gutes Team sind. Warum soll denn der Seelenpartner ausgerechnet ein Teil der eigenen Seele so gegen einen kämpfen, wie das in toxischen Beziehungen ist? Aber das ist nur meine Meinung. Ich habe ja keine Ahnung davon. Und ich bin ja nur ein dummer Psychologe. Und ich denke immer, man soll sich davon nicht irre machen lassen. Natürlich haben wir Menschen, die sich bereit erklärt haben, mit uns in diesem Leben durch Prozesse zu gehen. Und das sind, wie Beth sagen würde, Arschengel. Und das ist alles wunderbar. Und da sicherlich, damit wir die erkennen, haben wir ein krasses Gefühl von Nähe und so. Aber mein Gott, man soll das nicht so auf den Podest stellen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hier tust, aber meine Meinung ist doch völlig wurscht. Man bläst das manchmal so auf mit, oder dann hat es sich so negativ an, macht es so groß mit Dualseele. Und ach mein Gott, das ist doch einfach eine toxische Beziehung, wo du viel Anima-Themen hattest, wenn dich so für Jung interessierst, würde ich mal sagen. So, ähm, was haben wir hier noch? Auch wenn ich mir nicht mehr allzu große Hoffnung habe, dass daraus etwas wird, liebe sie immer noch. Sie studiert auch was Sozialwissenschaftliches. Wer weiß, vielleicht ändert sich irgendwann bestimmt nicht durch ein Psychologiestudium. Die Hoffnung habe ich gänzlich aufgegeben. Aber scheinbar hast du noch nicht abgeschlossen mit dieser Frau, die du dir jetzt hier länger geschrieben hast. Ich habe meinen Frieden gemacht. Nun scheint es also so, als würde nichts innerlich mehr dagegen sprechen, in eine glückliche Beziehung zu gehen. Aber es gibt nicht eine einzig wirklich erfolgreiche Erfahrung damit, nicht mit einer Frau. Ja, das Leben ist noch nicht zu Ende. Ich habe dafür auch ganz lange gebraucht. Und, äh, was soll's? Ist doch scheißegal. Die Frage ist, ob du es willst. Oder ob du nicht doch noch weiter diese chemischen, toxischen oder karmischen Verstrickungen haben möchtest. Du hast die Wahl. Ähm. Gut. Nachdem ich fertig geschrieben habe, kann ich nicht mal immer sagen, ob ich eine Frage habe. Aber am Anfang war es noch so. Vielleicht ist es gut, wenn nicht dir mal jemand so eine Geschichte schreibt. Ja, ich habe sie auch gelesen. Ähm. In Sachen Liebe habe ich ausschließlich durch Schmerz gelernt. Ja, mal ganz ehrlich, als Menschen lernen wir das meiste durch Schmerz. Aber ich glaube, die Zeiten ändern sich und wir dürfen auch mal mit schönen Sachen lernen. Äh, ich habe auch diese Itis-Sachen. In Nieren sehen, beide Unternahme. Arme teils auch das Gefühl im Herzen, seit wir keinen Kontakt mehr haben. Dreh dich nicht so viel um sie. Ich habe eine ganz andere Wirkung auf Frauen, aber die wenigstens interessieren mich, weil ich fast sofort sehe, was in ihnen vorgeht. Und ich darauf ihre Muster keine Lust mehr habe. Durch meine Erfahrungen fühlt es mir nicht schwer, Menschen zu lesen. Wohin geht die Reise? Das entscheidest du. Du bist der Schöpfer deiner Welt. Oft sagt mein Gefühl, dass es doch noch mit ihr wird. Solange sowas denkst, hältst du dich fest. Das ist, als wenn du Gas gibst und die Handbremse hältst. Lasst, Leute, lasst wirklich diese Leute in eurer Vergangenheit los. Lasst sie los. Lasst sie los. Egal, ob ihr denkt, das sind Seelenpartnerschaften, Dualseelen. Es ist eine alte Fußball-Kumpelseele. Es ist, äh, was auch immer ihr denkt. Ihr habt als Delfine schon auf Atlantis geschwommen. Es ist scheißegal. Lasst diese Beziehung endlich los. Ihr kommt nicht weiter. Wirklich. Äh, haben seit einigen Monaten keinen Kontakt mehr. Das sorgt für eine gewisse Dissonanz. Dann stellst du sich das alles nur auf dem Podest, meine Meinung. Bin vielleicht festgefahren. Kann es nicht so richtig beurteilen. Kannst du mir sagen, was du siehst? Ja. Also, ich will jetzt nicht, hast ja jetzt noch viel mehr geschrieben, aber lasst es endlich los. Weil, mal ganz ehrlich, also es geht wirklich darum, dass wir in unsere Kraft kommen. Das bedeutet auch, dass wir in unsere, dass wir aufhören, immer Leuten hinterher zu laufen, denen hinterher zu trauern. Lass es los. Diese Frau ist tot für dich. Fertig. Das ist der einzige Weg, der weiterführt. Das wirklich in aller Tiefe loslassen und damit diese ätzenden, äh, Abhängigkeits, Liebessucht-Themen endlich loszulassen. Also, du bist der Einzige, der das entscheiden kann, so. Und, äh, klar, kann er immer auch mal Therapie machen, aber du schreibst ja so viel, weil du hast das auch schon längst gemacht. Aber, liest doch mal, wenn du einen Jung magst, Anima, Animus. Ähm, also, denke, du projizierst da mit Jung zu sagen deine Anima auf sie, was, glaube ich, einfach eine einfache, andere Umschreibung für toxische Beziehungen ist. Aber, dachte mal, um den ganzen mal einen anderen Drive zu geben. Und lass doch diesen ganzen Kram dualseelenlos. Guck dir diese Videos nicht an auf YouTube. Das wäre mein Rat. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.